ARD Text im Auftrag von Funk Scheissdreck! Das ist das Märchen vom Bauer Huber. Es hat Zeit gegeben, da hat man als kleiner Bauer gut leben können. Wenn Sie Ihre Schufa anschauen, das ist echt high noon. Mir ist bewusst, dass Sie kurz vor einer Pfändung stehen, Herr Huber. Die Welt ist halt nicht für die kleine Macht, denkt er. I gang, der Baba hat sich doch im Osten eingehofft, ich soll den Betrieb übernehmen. Und dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Aber schlimmer geht immer. Huber, das ist bei dir. Jetzt! Hau das auf den Tisch! Der Huber! Machst du gut? Mit seiner Sau. So geht's nicht weiter. Er ist jetzt ein Gesetzloser. Manche färgte sie. Solange ihr einen Zaun um was baut, zwar sei ich nicht gern. Scheisset darauf auf euer Privat-Eigentum. Huber! Aber aber... Finde so gut. Also macht er weiter. So geht's nicht weiter. Nein. So geht's wirklich nicht weiter. Heute sei das endlich. Aber was willst du machen? Ja. Du bist... Fang ich doch! Ja. 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 Vielen Dank.